Cool, nach dem Mittag habe ich noch etwas durch. Ich hoffe, Sie hatten einen Kaffee. Ich fange mal mit etwas Aufregendem an. Die ganzen negativen Schlagzeilen kennen Sie sicher auch. Ich wurde wiederholt gefragt, wie es mir geht. Es spielt keiner zu tot. Wie läuft es bei uns so? Leider bekommt man immer wieder solche Sachen mit. In den sozialen Medien, in den normalen Leitmedien. Dass Sachen zusammengeholt. Dass bei Celsius damals, wegen mehr Renditen, einfach mega viele Leute viel Geld verloren haben. Dass Börsen entweder bankrott gehen oder einfach verschwinden. oder einfach irgendwelche Sachen gehackt werden. Das kommt leider immer wieder vor. Und natürlich, ganz aktuell, FTX ist einfach, ich weiss auch nicht, das ist noch die Steigerung von allem. Ich glaube, einen normalen Dokufilm reicht nicht mehr. Das muss schon eine Netflix-Dokuserie werden. Weil, was da jetzt alles ans Tageslicht kommt, das ist wirklich unglaublich. Und zum einen kann man ein wenig darüber lachen. Auf der anderen Seite stecken da natürlich auch ganz viel Schicksal dahinter. Und was mich immer wieder halt trifft, ist, dass das alles einfach überhaupt nicht nötig wäre. Weil Bitcoin ist ein Inhaberwert. Bitcoin ist etwas, das ich wirklich einfach selber halten kann. Und ich glaube, es braucht einfach noch einen Mentalitätswechsel, vielleicht auch einen Generationenwechsel. Dass man sich nicht mehr auf so scheinbar einfache Sachen verlässt, sondern einfach mit dem Thema beschäftigt und die Bitcoin halt einfach selber aufbewahrt. Und das ist gar nicht so schwierig. Weil Bitcoin für mich selber, Bitcoin ist ein Lichtblick. Die meisten, die zuerst einmal mit Bitcoin in Kontakt kommen, heisst es, wie ist der Preis und so weiter. Aber nach einer gewissen Zeit ist das gar nicht mehr so entscheidend. Was für mich ganz wichtig ist, ist, dass Bitcoin wirklich hoffnig ist. Bitcoin kennt keine Vorurteile. Egal, wer ich bin, wo ich bin. Es ist ein neutrales Netzwerk, das einfach jedem offen steht. Bitcoin ist grenzenlos. Wie das Internet damals für Information, kann Bitcoin heute für Wert das sein, der uns wirklich befreien kann. Bitcoin ist grenzenlos. Es ist wirklich einfach befreiend. Bitcoin ist auch unabhängig. Es gibt niemanden, der direkt Einfluss nehmen kann auf Bitcoin als Netzwerk oder als Wertspeicher. Es gibt keine Regierung, die einfach Bitcoin nach Beliebe drücken kann. Es gibt keine Lobbyorganisation, die Einfluss darauf nehmen kann oder die ganzen Regeln ändern. Und es ist einfach direkt. Es ist von Mensch zu Mensch. Ich kann jetzt hier jedem in diesem Saal einfach Bitcoin schicken und es ist niemand dazwischen. Niemand kann es mir verbieten. Und das ist etwas, was zum Beispiel für uns vielleicht nicht so wichtig ist, aber wenn man in einem autoritären Regime lebt, natürlich eine ganz andere Sprengkraft kann haben. Es ist einfach Geld von Mensch zu Mensch. Das alles gilt aber nur, wenn ich Bitcoin selber halte. Weil wenn ich Bitcoin auf einem Konto habe oder auf einer Börse oder was auch immer, dann ist es einfach nur wieder ein Pseudogeld, das irgendjemand für mich kontrolliert. Ich bin Roland und ich möchte euch heute etwas näher bringen, wie einfach es eigentlich ist, Bitcoin selber aufzubewahren, aber auch die nötigen, wenigen aber nötigen Insights noch mitzugeben, auf was man achten muss. Weil es ist etwas anderes, aber wenn man es mal verstanden hat, ist es wirklich nicht allzu schwierig. Heute ist der Vortrag ja auf Schweizerdeutsch. Dummerweise ist mit dem Titel einfach Bitcoin aber sicher, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch in das Gleiche. Darum habe ich gedacht, ich mache es jetzt etwas Schweizerisch. Bitcoin aber sicher, damit es mindestens noch ein bisschen lokal angeklang hat. Ich beschäftige mich tagtäglich mit Bitcoinsicherheit bei der Firma Shift Crypto. Wir sind eine Schweizer Firma mit Sitz in Zürich. Alles was wir machen, ist Open Source. Wir sind wirklich so unterwegs, dass wir möglichst eine Freiheitstechnologie unter die Menschen bringen wollen. Und unser Team ist seit 2015 schon dabei, Sicherheitselektronik für Bitcoin zu entwickeln. Und da ist natürlich auch einiges gegangen in dieser Zeit. wenn es darum geht, zu verstehen, wie ich Bitcoin überhaupt selber sichern kann. Es ist wichtig zu verstehen, was man überhaupt sichert. Weil Bitcoin ist so etwas Schwammiges, etwas Virtuelles, man kann es nicht anfassen. Aber Bitcoin ist irgendwo auch komplex, weil Bitcoin ist eine Kryptowährung. Krypto kommt von Kryptographie. Verschlüsselung, digitale Signaturen. Das ist alles, was man eigentlich noch nicht so im Alltag kennt. Und das ist der Grund, wieso eigentlich Bitcoin primär mit Wallets genutzt werden kann. Ein Wallet, also eine Brieftasche auf Englisch, ist ein kleines Computertrogramm. Und mittlerweile sind wir wirklich so weit, dass es so einfach ist, Bitcoins zu empfangen und zu versenden mit Softwarehilfe, dass man eigentlich gar nicht mehr wissen muss, wie das genau darunter funktioniert. Wenn es aber darum geht, dass wir wirklich wissen, was gesichert wird und ist so ein Wallet auch sicher, wird man vielleicht doch ein bisschen verstehen, was hier genau gesichert werden muss. Und schlussendlich geht es darum, dass der Besitz von Bitcoin technisch so definiert wird, dass ich Bitcoin auch wieder ausgeben kann. Das hat jetzt nichts mit einer legalen Definition zu tun, aber einfach technisch, wenn es um Sicherheit geht, der, der die Möglichkeit hat, Bitcoin, der irgendwo gehalten wird, weiter zu verschicken, hat Kontrolle darüber, dem gehören sie technisch. Und um das zu machen und um Bitcoin wieder auszugeben, muss ich eine Bitcointransaktion erstellen und diese digital zu unterschreiben. Das ist wie ein Scheck. Ich habe einen Scheck, ich unterschreibe und kann weitergeben und dann wird das Geld überwiesen. So eine Wallet macht das alles für mich. Aber eine Wallet muss einmal überhaupt die ganzen Schlüssel generieren, die ich selbst verwalten muss. Und es gibt eine Hauptgeheimnis, die jede Wallet hat. Von dem können alle anderen Geheimnisse abgeleitet werden. Das heisst, wenn ich irgendwo eine Wallet installiere oder aufsetze, muss ich zuerst einmal zufällig ein Hauptgeheimnis erzeugen. Und das ist ja das, was ich sichern muss. Wenn ich das Hauptgeheimnis habe, das nennt sich der Seed oder der Samen, von diesem Samen können alle anderen Sachen abgeleitet werden. Weiss ihr nicht, wie so eine Seed aussieht? Okay, das ist gut, weil es ist ja nicht sehr intuitiv. Das ist so ein Seed. Das ist noch im Ursprungsformat. Und ihr seht schon, das ist mega kryptisch. Das ist nicht etwas, das ich manuell verwalten kann. Das muss ich aber auch nicht. Für das gibt es ja genau die Wallets. Die Schwierigkeit ist jetzt aber, dass so eine Seed einfach reine Information ist. Und die Information, digital zu sichern, ist gar nicht so einfach. Wenn wir um Sicherheit reden, geht es immer um Angriff und Verteidigung. Typischerweise bin ich, der ein Wallet hat, die Verteidigung. Ich will den Seed, das Geheimnis, das will ich geheim behalten. Weil wenn das irgendjemand sonst erfährt, hat er volle Kontrolle über all meine Bitcoins. Der Angriff, der wird typischerweise mehr den Seed klauen oder einzelne Schlüssel oder was auch immer. Das Dumme ist, dass Angriff und Verteidigung asymmetrisch sind. Die Verteidigung muss bei diesem Ballon die komplette Oberfläche immer beschützen. Während es reicht, dass der Angreifer zu einem Zeitpunkt irgendwo rein sticht. Sobald der Angriff einmal Zugang zu diesem Geheimnis hat, habe ich im Prinzip als Verteidiger schon verloren. Und das ist die Herausforderung, wenn man von sicheren Wallets spricht. Es hilft massiv natürlich, wenn zum Beispiel der Ballon einfach kleiner ist. oder wenn er irgendwo in einem geschützten Umfeld ist. Wenn ich anfange mit Bitcoin, typischerweise lasse ich mir in so einer Softwarewallet auf das Handy, die sind gratis, die sind super, habe ich auch. Die sind aber nur bis zu einem gewissen Grad auch sicher. Weil die Schwierigkeit ist, etwas, das auf einer grundsätzlich unsicheren Plattform läuft, wie mit dem Handy oder auf einem PC, kann die Applikation nicht so sicher sein. Insgesamt kann man die Sicherheit nicht erhöhen. Und ein reguläres Betriebssystem, das kann Android sein, das kann Mac OS oder Windows sein, das sind einfach unglaublich komplizierte Umgebungen. Wenn ich hier so einen Laptop habe, da läuft jetzt Windows drauf, aber auch Linux oder was auch immer. Wenn ich dieser Plattform vertraue, ist das bis zu einem gewissen Grad okay. Aber ich habe nie abschliessende Gewissheit. Weil so ein Betriebssystem besteht aus Millionen Zielen von Computern. Das ändert sich auch die ganze Zeit. Mit jedem Update kommen frische Programme dazu, frische Funktionen. Und es ist eigentlich gar nicht möglich, so ein Betriebssystem wie Windows abschliessend mal sicherheitstechnisch zu überprüfen. Es wird immer irgendwo einen Bug geben. Und bis ich den gefunden habe, hat es wahrscheinlich schon wieder drei Updates gegeben, die wahrscheinlich wieder frische Bugs beinhalten. Das heisst, wenn ich das Seed, das Hauptgeheimnis auf einem Windows-PC habe, ist dann irgendwo immer angreifbar. Zudem kann ich beliebige Programme installieren. Jedes Programm, das ich installiere auf einem Rechner oder auf einem Smartphone, wird im Prinzip wie ein Ballon aufblasen. Die Angriffsoberfläche wird grösser. Jedes Programm kann grundsätzlich weitere Bugs enthalten. Das könnte sogar bösartig sein. Ich kann einen Hintergrunddienst installieren. Oder irgendetwas könnte, einen Hintergrunddienst installieren, den ich als Benutzer gar nicht mitbekomme. Das ist natürlich super praktisch für Wiren, die einfach im Hintergrund irgendetwas machen. Und was dazu kommt, eigentlich alle Geräte, die wir heute nutzen, sind auch online. Das heisst, zum einen sind sie online angreifbar, weil ich immer die ganze Zeit abladen kann, weil ich auf Webseiten gehe. Aber sollte ich mal irgendwie mein Geheimnis, das ich wirklich geheim behalten muss, um meine Bitcoins zu schützen, sollte das mal bekannt sein, kann es auf einem Online-Gerät natürlich auch irgendwo hingeschickt werden. Das heisst, es ist gar kein physischer Zugriff nötig auf einem normalen Rechner, damit meine Bitcoins-Sicherheit irgendwo komplementiert werden könnte. Und das ist genau dort, wo Hardware-Wallets ins Spiel kommen. Wir produzieren Bitbox 02, aber das gilt, was ich heute erzähle, ist jetzt nicht für Bitbox spezifisch, sondern generell für alle Hardware-Wallets. Und ich möchte ein bisschen eine Lanze brechen für diese. Man muss ein Hardware-Wallet nicht von Anfang an haben, es ist absolut okay, einfach mal eine Handy-App zu haben natürlich. Aber ab einem gewissen Wert, den ich sichern möchte, verhalten sich ein wenig wie meine Brieftasche, die ich auch herumträge. Das heisst, ich habe natürlich Wechselgeld dabei, aber ich gehe irgendwo auch davon aus, dass ich theoretisch beklebt werden könnte. Das Risiko gehe ich persönlich ein, und das ist okay, aber ich würde natürlich nicht meine ganzen Lebensersparnisse mit mir herumträgen. Und das ist dort, wo Hardware-Wallets oder spezialisierte Sicherheitstechniken ins Spiel kommen. Wenn es darum geht, grössere Mengen von Bitcoin zu sichern, und das ist, was heisst gross, das ist eine individuelle Abwägung. Für gewisse Leute ist das 1'000 Franken, für andere sind es vielleicht 50'000 Franken, ich weiss es nicht. Ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich nochmals vertieft mit Sicherheit zu befassen. Das ist wie ein Tresor, den ich mir ankaufe. Ich habe ja auch nicht einen Goldbarn bei mir in der Nachttischschublade. Und Hardware-Wallets sind für den Grossteil der Anwender eine sehr gute Möglichkeit, ohne gross technisch versiert zu sein, die Sicherheit der Bitcoin, die ich selbst halte, zu erhöhen. Und der Grund ist, dass sie einfach einen definierten Zweck haben. Die sind genau für das gemacht. Die sind minimiert auf das, was sie machen müssen und können nichts anderes, als das, was wirklich nötig ist. Das heisst, eine Hardware-Wallet hat kein Betriebssystem. Der Code, der auf so einem Hardware-Wallet läuft, der Computer-Code, die Wallet, die ich auch brauche, um meine Bitcoin nutzbar zu halten, der ist so klein wie möglich. Der Ballon ist so klein wie möglich. Und dann läuft der Code auch direkt auf dem Chip. Da ist nicht irgendetwas dazwischen, das für irgendwelche Hintergrund-Updates oder was auch immer vorgesehen wäre. Idealerweise ist der Quellcode, also das ganze Software-Zeugs, auch offen, dass es unabhängig überprüft werden kann, dass man nicht muss am Hersteller vertrauen und dass man auch Gewähr hat, dass das Gerät genau das macht, für das, was beworben wird. Und Hardware-Wallets sind hauptsächlich dann relevant, wenn es darum geht, Bitcoin längerfristig aufzubewahren, im sogenannten Cold Storage. Das heisst, im Gegensatz zu Hot Storage, wo es eigentlich ein Online-Wallet ist, sind Hardware-Wallets offline. Das heisst, die ganzen Schlüssel, die auf der Hardware-Wallet sind, werden so nie online zugänglich gemacht. Hardware-Wallets sind grundsätzlich zwei Hauptaufgaben. Hauptaufgaben. Die eine Aufgabe ist überhaupt mal die Schlüssel, also der Seed und dann sämtliche private Schlüssel für die ganze Kryptographie, Magie, die irgendwo im Hintergrund passiert, zu generieren und dann auch zu sichern. Das heisst, wenn ich zuerst mal ein Hardware-Wallet bekomme, ist die idealerweise leer. Wenn ich sie einstecke und aufsetze, mit einem Passwort schützen, erst dann werden eigentlich die ganzen Schlüssel generiert. Das heisst, auch wir als Hersteller zum Beispiel haben keine Ahnung, was für Schlüssel da schlussendlich generiert werden. Das wäre ziemlich schlimm, weil sonst hätten wir indirekt auch Zugriff auf die ganzen Bitcoin. Und wenn die Schlüssel mal generiert sind und auf der Hardware-Wallet sind, müssen sie natürlich beschützt werden. Und da gibt es diverse Methoden. Das Hardware-Wallet muss man entweder mit einem Passwort entsperren, ich muss auch entsprechend, wenn ich zum Beispiel zweimal das falsche Passwort eingeben, setzt sich zurück. Also die physische Zugriffskontrolle ist ganz wichtig. Jetzt habe ich schon etwas vorgegriffen. Beim Generieren der Schlüssel spielt die sogenannte Entropie eine wichtige Rolle. Das ist die Zufälligkeit. Also es muss wirklich zufällig sein, dass das niemand anders erraten könnte. Die sichere Kommunikation ist etwas ganz Wichtiges von der Hardware-Wallet. Eben, dass sie nicht online ist, dass sie nur so interagieren kann, mit zum Beispiel meinem Laptop, wie das auch vorgesehen ist. Und der physische Schutz, aber wenn ich sie zum Beispiel mal verliere und jemanden sie findet, dass der natürlich nicht einfach Zugriff auf meine Schlüssel haben darf. Das ist wieder der erste Zweck einer Hardware-Wallet. Meine Schlüssel überhaupt mal zu generieren und sicher zu halten. Der zweite Zweck ist aber, die Schlüssel gleichzeitig nutzbar zu halten. Weil wenn es nur um die Sicherheit ging, könnte ich immer irgendwie zufällig etwas aufschreiben, irgendwo, keine Ahnung, in Beton gießen und in die Limmat versenken. Das wäre wahrscheinlich extrem sicher. Aber es bringt mir halt nichts. Weil ich muss Zugriff haben auf die Schlüssel, um Bitcoin zu nutzen. Und das ist das, was Hardware-Wallets sehr, sehr viel einfacher machen als alle anderen Methoden. Nur die Hardware-Wallet weiss am Ende, was sie wirklich kontrolliert. Weil die Hardware-Wallet, die hat die Schlüssel generiert und die Schlüssel verlassen das Gerät nie. Wir sagen damals, wir entwickeln Bitboxen so, dass man sicher ist, auch wenn man sie in einer komplett unsicheren Umgebung nutzt. Das heisst, an einem Laptop oder an einem Handy vertrauen wir per Definition nicht. Das kann einem versuchen anzulügen, das kann einem versuchen, irgendetwas unterzuschieben. Die Warte am Schluss ist nur auf der Bitbox. Und generell natürlich auch auf anderen Hardware-Wallets. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bitcoin will empfangen, weiss nur die Hardware-Wallet, welche Bitcoin-Empfangsadressen sie wirklich kontrolliert. Und grundsätzlich ist es wichtig, dass man dann auch über einen Bildschirm diese überprüfen kann. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hardware-Wallet mit einem PC verbinde, sagen, ich werde Bitcoin empfangen. Und der PC zeigt mir einen schönen QR-Code an und eine Empfangsadresse. Es ist relativ einfach, den QR-Code auszutauschen. Oder mir eine andere Adresse unterzujubeln. Mit einem Virus oder wie auch immer. Das heisst, ich sollte eigentlich nie am PC vertrauen, sondern immer nur die Hardware-Wallet. Und das ist ganz wichtig, dass die auch einen Bildschirm hat. Weil sonst habe ich nie gewährt, was wirklich mir gehört und was nicht. Das heisst, ich muss, wenn ich empfange oder versende, alle wichtigen Informationen auf der Hardware-Wallet validieren. Und erst wenn ich sehe, okay, ich möchte wirklich so viel Bitcoin an diese Adresse schicken und bekomme das auf dem Bildschirm dargestellt. Und das ist okay. Und ich bestätige. Erst dann kann die Hardware-Wallet das assignieren, also mit dem Schlüssel den Schick unterschreiben und entsprechend wieder zurück an den Laptop schicken. Dann habe ich das Gewähr, dass zum einen die Schlüssel nie das Gerät verlassen, aber dass ich auch alles überprüft habe, was wichtig ist, selbst wenn ich jetzt auf dem PC ein Virus hätte. Um das ein wenig plastischer zu machen, jetzt bin ich nicht sicher, ob das hier funktioniert, ob ich hier einen Netzwerkzugang habe. Das ist ein ein schönes, kleines Demonstrationsprogramm. Das ist echt, das haben jetzt nicht mehr geschrieben, das einfach schnell zeigen soll, wie schnell als ein Bitcoin-Adresse ausgetauscht werden kann. Das ist ein sogenanntes Clipboard-High-Checker. Das ist ein kleines Hintergrundprogramm, das ich mir irgendwie eingefangen habe. und das wird einfach non-stop die Zwischenablage überwachen. Und wenn es festgestellt, oh, da hat irgendwer eine Bitcoin-Adresse in die Zwischenablage kopiert, wird die einfach ausgetauscht. Das heisst, ich mache vielleicht Copy und kopiere es in ein E-Mail, aber was ich nachher ins E-Mail kopiere, ist eine andere Adresse als die, die ich eigentlich kopiert habe. Und wenn man schaut, es stimmen sogar die ersten paar Buchstaben, also das 18VTWH. Der Anfang hat gestimmt, aber am Schluss ist eine ganz andere Adresse rausgekommen. Einfach schnell Copy-Paste. Und das ist etwas, was ich am Anfang auch nicht realisiert habe. Irgendwo macht es Sinn, dass man mit einer Hardware-Wallet beim Senden ist klar. Die Schlüssel, die sind auf der Hardware-Wallet. Ich muss, wenn ich sende, validieren und bestätigen. Aber es ist auch wichtig, dass ich beim Bitcoin-Empfangen die Empfangsadresse wirklich auf der Hardware-Wallet überprüfe. und ich habe die Präsentation angefangen und habe gesagt, ich will euch beibringen, wie einfach es ist. Und jetzt klingt das alles super scary. Ich glaube, am Ende des Tages ist es aber gar nicht so, es ist nicht schwierig. Man muss einfach gewisse Sachen mal verstanden haben. Und was ganz wichtig ist, ist einfach, wo ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist auf der Hardware-Wallet. Ich muss alles auf der Hardware-Wallet überprüfen. Und das ist eigentlich das Einzige, was zählt. Jetzt haben wir mit einer Hardware-Wallet unsere private Schlüssel generiert. Die sind sicher, mega zufällig, sind super geschützt. Ich kann Bitcoin senden und empfangen. Aber jetzt kippen wir das Ding in die Limit. Das ist natürlich doof, weil so ein Gerät ist Elektronik, das ist mega schnell weg. Das ist kaputt. Ich fahre mit dem Auto darüber. Und darum ist eigentlich der letzte Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist, dass zu einer Sicherung von Bitcoin gehört zwar die Sicherheit von den Schlüsseln und mit einer Hardware-Wallet, aber es ist mit dem Ziel, das Bitcoin nutzbar zu halten. der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, dass jedes Wallet auch ein Backup haben muss. Ein Backup ist im Prinzip nichts anderes als das Hauptgeheimnis, das wir am Anfang gesehen haben. Und während ein Wallet für die Nutzung von Bitcoin entscheidend ist, ist das Backup für die Langzeitsicherung von Bitcoin entscheidend. Das hat den Vorteil, dass ich das Backup einmal machen muss und irgendwo mega tief vergraben kann, weil im Idealfall brauche ich es nie. Ich sollte mir sicher sein, dass es dann auch WIKI noch dort ist. Aber ich muss nicht direkten Zugriff auf das Backup haben. Und wenn ich im Prinzip die Kombination habe, von einer Hardware-Wallet mit einem sauberen Backup, dann brauche ich eigentlich nicht mehr mehr, um meine Bitcoin selber zu halten. Das ist der Seed, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Und das Backup ist eigentlich das. Es ist jetzt natürlich mega schwierig, so etwas abzuschreiben. Und darum ist das eigentlich, am Ende ist das nur Information. Und Information kann ich codieren, wenn ich will. Und als ich gefragt habe, weiss jemand, wie der Seed aussieht, haben vielleicht einige von euch an so etwas gedacht. Das ist nicht ganz das Gleiche, aber eigentlich fast. Was man mit einer Hardware-Wallet typischerweise macht, ich setze sie auf, ich habe meine Schlüssel, die sind safe, und dann kann ich noch ein paar englische Wörter aufschreiben. Und das ist im Prinzip nichts anderes, als der Seed. Es hat noch eine Checksumme drin, etc. Aber im Kern ist das dasselbe. Im ersten Moment ist das mega nicht intuitiv. Weil jetzt haben wir da eine Zukunft vom Geld. Es ist eine Kryptographie und Mathematik und weiss ich was. Und am Schluss fragt mich die Wallet, ich soll doch bitte 24 Wörtchen auf, aber bitte von Hand aufschreiben. Aber das ist genau, denke ich, was Bitcoin so mächtig macht. Weil am Ende ist es nur Information. und das Medium spielt überhaupt keine Rolle. Ich kann Bitcoin-Transaktionen faxen, wenn ich will. Es ist nur Information. Ich kann Bitcoin-Transaktionen via Twitter-Emojis verschicken. Das macht es also unzensierbar. Und genau das Gleiche ist mit dem Backup. Während so eine Hexadezimalzahl wahrscheinlich fast unmöglich fehlerfrei abzuschreiben ist, kann ich das einfach in eine andere Form godieren und mir in Form von 24 Wörtchen aufschreiben. Und das Gute ist, dass es komplett standardisiert ist. Das heisst, wenn ich ein Software-Wallet habe oder ein Hardware-Wallet von jedem Hersteller, das spielt keine Rolle, die werden alle das gleiche Format nutzen. Und selbst wenn ich zum Beispiel eine Bitbox aufsetze und mir die 24 Wörtchen aufschreibe, und keine Ahnung, kurz anlängen, aber in zehn Jahren gibt es uns nicht mehr, kann ich das einfach mit einem Konkurrenzprodukt wiederherstellen. Und das ist auch das Wichtige, dass wir uns entsprechend an Industriestandards halten und dass sich das so etablieren kann. Zum Abschluss, ich glaube, ich bin ganz gut in der Zeit. Falls eine Frage gibt, können wir auch noch ein bisschen Q&A machen. Bitcoin, denke ich, sie wollen von dir selber, sie wollen gekuschelt werden, sie sollen sie bitte selber halten. Bitcoin sind nur dann echte Bitcoin, wenn du selber Kontrolle darüber hast. Sonst ist es einfach irgendwo eine Schuld, die irgendjemand mit dir hat. Und wenn die Gegenpartei weg ist, ist auch die Schuld entsprechend verfallen. Ein Hardware Wallet grundsätzlich, egal welches Modell, ist, denke ich, für den allergrössten Teil der Bitcoin-Nutzer hilfreich, wenn es darum geht, grössere Beträge zu sichern. Wenn ich in Bitcoin einsteige und weiss, ich will über die nächsten zwei, drei Jahre einen grösseren Betrag anlegen, macht es wahrscheinlich Sinn, dass ich von Anfang an das mit einer Hardware Wallet machen will. Wenn ich zuerst einfach mal ein bisschen ausprobieren will, dann muss man natürlich nicht gleich Geld ausgeben, irgendwie 140 Franken, um irgendwie 50 Franken Bitcoin sichern. Das macht wenig Sinn. Dann kann man selbstverständlich einfach mit einer Gratis-App auf dem Handy das auch machen. und einfach mal Bitcoin erleben, wie revolutionär das ist. Aber an gewissen Grenzen würde ich das jedem empfehlen. Dann, beim Senden, wie auch beim Empfangen, ist es ganz wichtig, dass man die entsprechenden Informationen auf der Hardware Wallet selber verifiziert. Beim Senden ist das, denke ich, intuitiv relativ einfach. Aber, als ich angefangen habe und meine erste Ledger gekauft habe, hätte das nicht einmal funktioniert. Ich konnte nicht einmal die Empfangsadresse auf dem Ledger überprüfen. Obwohl das so ein essentieller Teil der Bitcoinsicherheit ist. Und Backups. Ich bin Informatiker, ein Backup ist kein Backup. Redundanz, das Backup erstellen, falls ihr eines habt, vielleicht einmal überprüfen. Falls ihr noch keines habt, bitte heute Abend machen. Und dann, wenn man diese vier Sachen beherzigt, glaube ich, gibt es nicht mehr viel mehr zu sagen. Hier gibt es noch ein bisschen weiterführendes Material für die, die, die wollen. Wir haben von ShiftCrypto einen sehr grossen Blog, wo all den Themen, die ich heute angerissen habe, noch im Detail viele Informationen bieten kann. Unter dieser URL sind all diese Links direkt zusammengestellt. Der QR-Code funktioniert natürlich auch. Ja, da sage ich vielen herzlichen Dank. Applaus Wir haben noch ein bisschen Zeit, zehn Minuten. Und zum Fragen stellen, hat irgendjemand? Sehr gerne. Ich habe kurz eine Frage zu der Folie mit dem Seed, deiner beiden Format. Erstens, was ist der Name von dem unteren Format mit den 24 Wörtern? Und zweitens, wie denn der mathematische Algorithmus genau aussieht, beziehungsweise, was ich will rausgehen, ist, warum es ab und zu 12 oder was der Unterschied zwischen 12 und 24 Wörtern ist eigentlich in Bezug auf den mathematischen Algorithmus? Also genau den Algorithmus kann ich dir nicht so ad hoc beschreiben. Das Format, das man hier sieht, nennt sich BIP39. BIP steht für Bitcoin Improvement Protocol. 39, da gibt es ganz viele von denen. Und das ist im Prinzip ein Standarddokument. Und dort drin ist definiert, wie ein Seed in Form von 24 englischen Wörtern kann gespeichert werden oder repräsentiert werden. Und das sind nicht beliebige Wörter, es gibt eine Wortliste von 2048 Wörtern, wo man einfach entsprechend auswählen kann und wie Informationen mit denen ersetzen. Die Definition, wie es genau funktioniert, die ist in diesem Dokument definiert. Ich denke, zusätzlich ist meistens der Code die effektive Definition. Bei Bitcoin ist häufig so, dass eigentlich zuerst ein Code geschrieben wird und nicht zuerst als völlig abstrakt definiert wird. und ob es jetzt 12, manchmal 18 oder 24 Wörter sind, spielt so eigentlich nicht eine Rolle. Das ist alles in diesem Dokument definiert. Wir nutzen jetzt persönlich lieber 24 Wörter, obwohl das ein bisschen Overkill ist. Aber es lässt noch gewisse Redundanz, um zum Beispiel die Wörter aufzuteilen können, um gewisse andere Backup-Schemas zu erfüllen. Wir sprechen ja immer jetzt von der Sicherung der Bitcoin selber. Aber ich frage mich immer, der Seed selber ist ja sehr altmodisch gesichert, auf ein Papier aufgeschrieben, irgendwo versteckt. Und was auch immer. Gibt es nicht auch noch andere Möglichkeiten, um den Seed sicher zu gestalten? Das ist für mich die Frage. Also Backups sind tatsächlich ein bisschen ein wundepunkt, weil es gibt immer so ein bisschen ein Spagat zwischen nur ein transparentes Backup ist ein gutes Backup, weil wenn ich jetzt heute Abend unter den Bus komme, meine Familie sollte ja Zugriff auf das Backup haben. Und wenn ich nur irgendein Passwort im Kopf habe, ist das schon mal schwieriger. Oder wenn es separat aufbewahrt ist. Es gibt diverseste Möglichkeiten, ein Backup, also die 24 Wörter, noch weiter zu schützen, anders abzulegen. Ich kann mit verschiedenen Medienspielen, also ich kann es auf Papier aufschreiben, ich kann es in Stahl stanzen, ich kann eine zusätzliche Passphrase hinzufügen, ich kann die 24 Wörter aufsplitten, also ein 2 von 3 Schema. Ich kann natürlich auch hinzugehen und sagen, ich will nicht nur das Backup schützen, sondern ich will eigentlich meine Wallet generell redundant machen. Ich kann ein Multi-Sig-Schema erstellen, wo ich in die Bitcoin-Transaktion mit mehreren Hardware Wallets signieren muss, vielleicht von mehreren Herstellern. Also gegen oben ist es eigentlich unbegrenzt, wie viel Sicherheit man hinzufügen kann. Aber es kommt halt auch immer Komplexität dazu. Und so die allgemein schlüssige Antwort auf eine Frage, wie ich jetzt mein Backup zu Hause aufbewahren sollte, ist so leider noch nicht erfunden worden. Das ist immer ein Zielkonflikt zwischen Einfachheit und Transparenz, versus mehr Sicherheit, aber dafür auch ein bisschen Verschleierung und schwierige Wiederherstellung. Was ist deine Einschätzung zum, ich sage es mal, als winziges Restrisiko, Quantum Supremacy? Das ist sicher ein Thema, das du dich damit beschäftigt hast. Was ist dort der Konsens, der Community? Ist das ein Restrisiko, oder ist das völlig ausgeschlossen? Ich glaube, ich bin da zu wenig schlau, um das wirklich zu beantworten. Es gibt eine Diskussion, dass eventuell irgendwann ein Quantencomputer eigentlich nicht nur Bitcoin, sondern die komplette Verschlüsselung obsolet machen. Was man dort sagen kann, ist, dass zwar die digitale Signatur, die ist anfällig für Quantenkryptographie. Je nach Einschätzung geht das aber noch Jahrzehnte oder wird gar nie so weit kommen, dass man in dieser Komplexität das berechnen kann. Aber das ist nur die Signatur selber. Ein Bitcoin, wenn er auf der Blockchain gespeichert ist, ist es zusätzlich noch durch einen Hashing-Algorithmus verschleiert, sage ich mal, und die Hash-Funktion ist nicht anfällig für Kryptenquantographie. Das heisst, die Bitcoin, die sich nicht bewegen, sind in diesem Sinne Konsens heute nie in Gefahr. Das wäre höchstens dann ein Problem, wenn ich eine Transaktion, während sie unterwegs ist, abfangen und einen Doppel-Spend machen könnte. Ich glaube, man geht heute davon aus, dass wenn das mal echt in Gefahr wird, dass man mit einem entsprechenden Hard-Fork von der Kryptographie durchaus Bitcoin quantenresistent machen könnte. Der Nachteil ist, dass es einfach sehr viel mehr Rechenleistung braucht, um dann auch die ganzen Signaturen durchzuführen. Aber ich glaube da... Es ist ja die Frage, ob dann Bitcoin zum ersten Mal schon angegriffen wird, oder ob da die komplette militärische Kryptographie zuerst einmal darunter wird leiden. Das ist ein grosses Fragezeichen. Ich habe eine Frage zum Hardware-Wallet. Und zwar weiss man ja heute, dass beim Kauf eines Hardware-Wallets das schon komprimentiert sein kann. Also das wurde schon gehackt. Also meine These, es kommt durchaus darauf an, welches Hardware-Wallet, von welchem Lieferant. Könnte ich da eine Erfahrung, Aussage machen, was für Wallets wirklich noch nie gehackt worden sind und als sicher gelten? Ich glaube... Ich würde mal grundsätzlich sagen, alles kann gehackt werden. Es ist einfach eine Frage vom Aufwand und der Zeit. Und die Aufgabe einer Hardware-Wallet ist es, einen Angriff, so teuer und so wenig Erfolgsversprechen zu machen. Also zum einen, dass ich Millionen Franken aufwenden muss, für vielleicht eine 0, irgendwas prozentige Möglichkeit, das zu hacken, weil sonst wird das Hardware-Wallet zerstört, dass es sich einfach von Anfang an nicht lohnt. Aber wenn ich jetzt ein NSA bin mit unlimitierten Möglichkeiten, ist es schwierig, ob man einfach eine einfache Hardware-Wallet nicht hacken könnte. Vielleicht eine Anschlussfrage. Es geht mir eigentlich nicht ums Hacken, sondern dass die Hardware per se schon bei der Produktion einen Produktionsfehler hat und in den Umlauf kommt. Und in dem Sinne falsche Sicherheit gibt von dem Wallet, weil wenn man es draufspielt, sie dann verloren oder distributed sind. In diesem Sinne. Das ist das Thema. Also nicht unbedingt ein Hack. Also da kann ich einfach von uns sagen. Ich weiss nicht genau, wie es andere machen. Wir versuchen grundsätzlich, sämtliches Vertrauen, das du als Kunde in uns als Firma setzen musst, möglichst zu minimieren. Ich glaube ganz komplett ohne Vertrauen geht es wahrscheinlich nie. Aber wir versuchen es maximal zu reduzieren. Und dazu gehört natürlich, dass zum Beispiel die ganze Hardware der Bitbox ist publiziert. Wir haben sogar ein Röntgenbild bei uns auf der Homepage. Du kannst zu deinem Zahnarzt gehen und ein Röntgenbild machen von deiner Bitbox und das vergleichen, ob da noch mehr Chips drauf sind. Die ganze Software, die wir schreiben, ist Open Source. Du kannst jede Ziele-Code überprüfen. Sie wird reproduzierbar kompiliert. Das heisst, die Firmware, die du ablatschst, das binäre File, ist garantiert aus diesem Quellcode entstanden. Und, was wir auch haben, ist so eine Art Attestation Check. Das heisst, eine kryptographische Echtheitsprüfung. Wenn du die Bitbox-App installierst und die Bitbox ansteckst, gibt es ein Challenge-Response-Verfahren, das überprüft wird, ob das auch eine echte Bitbox ist. Das heisst, wenn mindestens ein Teil, also eines der zwei, echt ist, bist du eigentlich safe. Klar, wenn du eine Fake-Bitbox-App mit einer komplett Fake-Bitbox-Wurch zugespielt bekommst, dann ist es auch für uns schwierig, das so etwas zu verhindern, weil dann ist es einfach irgendwie Scheinsicherheit. Aber darum auch von unserer offiziellen Webseite abladen, entsprechend über einen guten Kanal, nicht innen von Amazon, oder so kaufen. Und dann ist, glaube ich, die Gewissheit ziemlich hoch. Hallo Roland. Die 24 Wörter machen ja eigentlich in Anschein, dass es relativ einfach ist, das Ganze zu erraten, aus diesen 2084 oder 48 Wörtern. Kannst du das kurz vorbildlichen, wie sicher das Ganze eigentlich ist? Du meinst, dass es recht einfach wäre, hier einfach irgendwo so eine Seed-Phrase zu erraten, oder mit Brute Force zu attacken, zu knacken. Wir Menschen sind extrem schlecht, uns vorzustellen, wie etwas exponentiell skaliert. Man kennt es vielleicht vom Schach, der Sarg mit dem König und dem Schachspieler, mit einem Reisskörnchen, zwei, vier, acht. Und auf dem 64. Feld ist ganz China eigentlich so viel Reiss bedeckt, weil das einfach so extrem schnell riesige Zahlen verursacht, wenn man einfach immer etwas verdoppelt. Hier ist es noch viel extremer. Man hat eigentlich 24 Wörter und jede Stelle hat 2048 Möglichkeiten. Also eigentlich ist es bis jetzt 24 hoch 2048 oder umgekehrt. Aber es sind unendlich grosse, viele Möglichkeiten. Wenn man Bitcoin der Seed anschaut, also das hier oben, das ist eine kleinere Zahl, als hier möglich könnte, abgebildet werden. aber die hier oben, es gibt mehr mögliche Bitcoin private Schlüssel, als es Atome im beobachtbaren Universum gibt. Es ist nicht nur ein Sandkörnchen auf der Welt, sondern es sind Atome im Universum. Also die Zahlen sind so riesig gross, dass es klar theoretisch möglich wäre, ein Wallet Seed zu erraten. aber praktisch ist es absolut unmöglich. Also es ist einfacher, es in einem Atom zu finden im Universum, als eine bestimmte Bitcoin Wallet zu erraten. Ist das plastisch? Gut. Cool. Merci. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.